Abenteuer Oberliga war letztes Jahr das Motto und ich glaube, es sollte auch dieses Jahr weiter das Motto bleiben. Ich bin unglaublich herzlich aufgenommen worden, das ist nicht normal, jeder kommt auf mich zu und sagt Hallo, stellt sich vor, Spiele, Lokalträger, Steine Bergheim. Also erstmal Hallo zusammen, ich bin Matthias Hahn, ich bin Timo Benner, bin 21 Jahre alt. Bei wehrem Verein muss man eine Spiele, unsere geile Titel haben. Das ist offiziell neuer Spieler, bei der Aktive, wo wir es lieben. Das Verbandstaffel A-Juniore, da bist du jetzt einfach in der Geschichte drin, weil es gab so viel zur Komie. Und dann haben wir jetzt die Klassik, halt noch ein letztes Spieltag gegen Backlang, kannst du auch Runde kauen. Ich sammle Erfahrungen, die würde ich sonst nie sammeln, vielleicht vielleicht auch ein bisschen Spielpraxis. Ich bin mäßig früh in München studiert, bin dann eigentlich für das Wochenende nur zum Bolzenheim gekommen. So habe ich es mir in Ilshofen eigentlich auch wieder vorgestellt. Das Studium vielleicht, dass der hinten anhängen muss, weil ich doch wieder Lust hatte, ordentlich wohnen zu bolzen. Back to the stars, 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 am I finding, waiting in the corner, somewhere in the dark, if I could move on. Dann geht er aus dem Haus und sagt, meine Freunde, ich kann jetzt nicht suchen. Dann hat sie den Gästen auf dem Platz gesehen und gesagt, ui, der kann auch anders, nur auf 5. Back to the stars, back to the stars, back to the stars. Applaus